Dynamo TV wird präsentiert von Verticales und Hamburger Personenauffangnetze. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SV Meppen. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich heute unseren offensiven Mittelfeldspieler Julius Kade und wie immer unseren Cheftrainer Markus hier vorne auf dem Podium. Markus, sei so lieb und hol uns ab, wie sieht es um das Personal aus, insofern musst du aller Voraussicht nach am Samstag im Emsland Stadion verzichten. Neben den Langzeitverletzten haben wir angeschlagene Spieler. Da wird die letzte Entscheidung morgen dann fallen. Pascal Sohm hat die Woche noch an diesem Schlag laboriert, den er abbekommen hat, gegen Fabian Buntic, weswegen er auch ausgewechselt worden ist. Er hat heute das Training aufgenommen. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie er das verkraftet hat, was bis morgen passiert. Er wird morgen auch noch mal kontrolliert beim Arzt und dann würden wir morgen eine Entscheidung treffen. Niklas Kreuzer hat ein bisschen kürzer getreten. Gestern hat, wie wir es ja gesagt haben, immer mal wieder hier und da muskuläre Beschwerden. Da haben wir ihn gestern rausgenommen, vorsichtshalber, und hat heute trainiert. Aber auch da würden wir abwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Also hinter diesen beiden Spielern steht ein Fragezeichen. Und ansonsten sind alle Jungs auch fit und einsatzbereit. Du biegst mit deiner Mannschaft jetzt ins letzte Saisondrittel ein. Du hast zusammen mit deinem Team für einen eindrucksvollen Sieg im Kampf um die Tabellenspitze mit Ingolstadt gesorgt von der Woche. Wie gehst du es jetzt an? Das Kontrastprogramm Meppen wartet auf dich und deine Jungs. Und die letzte Saisonphase, was erwartest du von deinem Team? Das ist kein Kontrastprogramm. Das ist jedes Spiel, die schwer für das Ingolstadt-Spiel können wir uns schon nichts mehr kaufen. Das ist schon vorbei. Das ist abgehakt. Das dient dazu, zu wissen, dass wir funktionieren. Das war für mich die Erkenntnis, dass wir unter Druck auch unsere Leistung abrufen können und auch guten Fußball spielen können. Und alles, was wir brauchen in so einem Spiel, auch haben. Und jetzt gilt zu wissen, dass das schon nichts mehr wert ist, sondern dass ich das wieder bestätigen muss, dass ich wieder auspacken muss, dass ich wieder von vorne anfange. Es steht 0-0. Ich muss wieder kämpfen. Ich muss wieder eine leidenschaftliche Leistung zeigen und ich muss wieder am Ende auch guten Fußball spielen. Und nur dann habe ich eine Chance zu gewinnen und wir starten wieder von vorne. Markus, danke dir. Julius, wie gehst du das Spiel in Meppen an mit Rückenwind, den ihr sicherlich als Team mitgenommen habt aus dem Ingolstadt? Auch wenn der Trainer gerade sagt, Kontrastprogramm gibt es in der dritten Liga nicht, denn alle Mannschaften können was. Und das haben sie ja auch schon gezeigt in den letzten Wochen. Siehe das Spiel von Hansa Rostock jetzt in Lübeck, was für eine Überraschung sicherlich gesorgt hat. Mit welcher Einstellung gehst du am Samstag in Meppen ins Spiel? Wir gehen so ins Spiel, wie wir immer ins Spiel gehen. Wir wollen uns voll reinhauen, unseren Plan durchbringen, haben uns gut vorbereitet und auch wieder gewinnen. Aber wir gehen dann jedes Spiel, ob es gegen Ingolstadt ist oder gegen Meppen, gleich ins Spiel und wollen uns reinhauen. Einer der Erfolgsgeheimnisse ist sicherlich, dass ihr, egal in welchen Konstellationen ihr zusammengestellt werdet von eurem Trainer, dass ihr wirklich tolle Leistungen abliefert. Wie empfindest du das? Woher kommt diese Anpassungsfähigkeit innerhalb des Teams? Ich denke, wir verstehen uns untereinander alle richtig gut, helfen uns gegenseitig auf dem Platz, harmonieren gut zusammen. Und ich denke, es ist ein Riesenvorteil, dass, egal dass wir auf dem Platz stehen, dass alle da anpacken und uns gegeneinander helfen. Und das läuft sehr gut. Du bist der beste Beweis, dass Qualität nichts mit Alter zu tun hat. Wie empfindest du selbst deine Entwicklung im Trikot von Dynamo Dresden seit Sommer 2020? Ich denke positiv. Ich komme zum Einsatz, versuche jedes Spiel mein Bestes zu geben und in jedem Training und bin dankbar, dass es aktuell so gut läuft. Jule, vielen Dank für deinen Einstieg in die PK. Jetzt kommen wir zu den Fragen der Kollegen und Kollegen daheim. Wir fangen an mit Sven Geisler von der Sächsischen Zeitung. Die erste Frage geht an den Chef. Markus Meppen ist eine der weitesten Auswärtsfahrten. Wie ist der Ablauf, fragt Sven Geisler. Ja, es ist tatsächlich weit. Wir haben auch schon andere Fahrten gehabt, die weit sind. Aber das ist mit vorne ganz normal. Wir werden morgen noch trainieren hier, morgen früh. Alles ein bisschen früher als sonst. Und dann 10 Uhr ist Training. Kurz vorher ist ja immer Treffen, Corona-bedingt. Diese verschiedenen Kabinen, keine Anlaufzeit vorher, sondern kurz kommen, umziehen. 10 Uhr Training. Dann ist Abfahrt um 12 Uhr geplant. Fahrzeit circa sieben Stunden. Plus, Minus. Ich hoffe eher Minus als Plus. Ja gut, und dann ist der Ablauf ja normal. Dann machen wir eine kurze Besprechung. Dann wird zu Abend gegessen. Dann gucken wir ein bisschen Fußball. Und dann geht es ab in die Aja. Ist Jannik stark bereits wieder eine Option, fragt Sven Geisler von der Sächsischen Zeitung. Jeder Tag tut ihm gut. Einfach, dass es noch ein bisschen stabiler wird. Bei manchen Bewegungen, an manchen Momenten geht es. Aber er ist vor dem Training. Und wer vor dem Training ist und im Kader ist, der ist auch einsatzbereit. Von daher mache ich mir natürlich auch immer Gedanken, weil er natürlich auch jemand ist, der über gute Fähigkeiten verfügt, über sehr viel Erfahrung verfügt. Da eine weitere Alternative zu haben, ist wichtig. Und dann geht es immer wieder zu schauen, auf den Spieltag, wer gerade besser drauf ist. Eventuell taktische Dinge zu beachten. Er ist auf jeden Fall da. Zu Saisonbeginn war Julius Kade nicht gesetzt, ist jetzt aber Stammspieler. Wie bewerten Sie seine Entwicklung, fragt Sven Geisler der Sächsische Zeitung. Markus, bitte. Ja, bewerte ich natürlich gut. Ich glaube, die Einsätze sprechen für sich. Er hat sich jetzt auf Dauer durchgesetzt, wobei es natürlich immer noch ein enges Rennen ist. Wir haben ja auch gesehen, dass wir ihn brauchen und dass es auch ein enger Konkurrenzkampf ist. Aber er wird immer sicherer in seiner Position. Er hat ja auch schon in der Vergangenheit Tore gemacht aus dieser Position. Aber er hat ein sehr, sehr gutes Spielverständnis. Das ist ein großes Plus, dass er sehr spielintelligent ist, sich auf viele Sachen einstellen kann. Hat jetzt dieses Selbstverständnis, was vielleicht am Anfang noch ein bisschen gefehlt hat, dann auch so ein Spiel runterzuspulen, da zu sein, von Anfang an abzuliefern. Natürlich auch immer eine körperliche Sache, glaube ich. Wenn man vorher ein Jahr lang wenig gespielt hat, wenig Wettkampfpraxis hatte, glaube ich, braucht man diese Zeit. Die hat er bekommen und ich glaube, mit jedem Einsatz ist er stärker geworden. Hat jetzt ein Selbstverständnis, in diesen engen Räumen sich zu drehen, sich zu bewegen, torgefährlich zu werden, aber auch einfach so dieses Gesamtpaket zusammen zu verteidigen. Ich habe immer das Gefühl, je länger das Spiel dauert, umso stärker wird er. Wenn die anderen nachlassen, kann er immer noch mal zulegen. Jemand, der halt einfach auch eine läuferische Qualität hat und dazu einen unheimlichen Willen, einen unheimlichen Ehrgeiz in jedem Training, immer an der Kante, immer am Limit zu performen. Das ist schon ein starkes Paket. Er hat sich wie viele bei uns, wenn die ganzen Jungen, wenn ich jetzt die ganze Jungen schaue, wenn ich jetzt mal die letzten Aufstellungen sehe, ich glaube, wir hatten ein Durchschnittsalter von 23, und sich irgendwas, das ist nicht selbstverständlich. Da haben sich die Jungs echt gut entwickelt, da haben wir ja einen guten Job allesamt gemacht. Wenn man sich das mal drumherum auch anschaut, nicht nur er, ob Paul Will, Juni Meier, Königsdorfer, Ehle, das sind junge Spieler, aber der Ferner und Heinz sind ja auch noch nicht wirklich alt. Die Jungs sind 23, also wenn man das mal durchgeht, gerade auf dem Platz steht, das ist eine junge Truppe und dafür machen sie es richtig gut. Und ja, auch schon diese Abgezocktheit in diesen einzelnen Situationen wird natürlich auch immer besser. Markus, danke dir für den Moment. Juli, kurz zurücklehnen, aufsaugen, so viele lobende Worte. Nicht abheben, nicht abheben, genau. Anschnallen. Wir kommen zu dir, Julius, und bleiben bei den Fragen von Sven Geisler, der dich Folgendes fragt. Im Hinspiel haben sie getroffen, wie nehmen sie die guten Erinnerungen mit? Ja, auf jeden Fall positiv, hat man im Hinterkopf. Aber wichtig ist, dass wir es morgen alle zusammen wieder packen. Und es war mein erstes Profitor, hat mich richtig gefreut. Aber jetzt ist ja das Rückspiel und alles auf Null. Warum haben Sie sich im Sommer entschieden, in die dritte Liga zu wechseln? Und warum für Dynamo? Hast du in der Vergangenheit schon mal erklärt, aber vielleicht kannst du es nochmal wiederholen für den Kollegen Sven Geisler. Dynamo ist ein super Verein mit mega Fans, vieler Tradition. Ich denke, es ist immer mega, bei so einem Verein zu spielen. Ich habe eine gute Chance gesehen, zu spielen. Und mich hat das Gesamtpaket einfach überzeugt. Und deswegen fühle ich mich hier sehr wohl und mir macht es sehr Spaß, zu spielen. Ist es für Sie etwas anderes, sich für ein Spitzenspiel zu motivieren, als für das Duell beim Aufsteiger in Meppen, fragt Sven Geisler von der Sächsischen Zeitung. Jule. Ne, also so ein Spitzenspiel ist auf jeden Fall immer etwas Besonderes. Da ist man auch heiß. Aber ich denke, morgen wird es auch richtig wichtig, dass wir da drei Punkte holen und da uns voll reinwerfen. Und deswegen bin ich da auch sehr motiviert, da morgen alles zu geben. Danke, Jule. Wir kommen zurück zu dir, Markus. Bleib mal an den Fragen von Sven Geisler. Inwiefern macht es für Sie als Trainer einen Unterschied, die Mannschaft für ein Spitzenspiel gegen Ingolstadt oder für die Partie bei einem Aufsteiger aus dem Tabellenmittelfeld zu motivieren? Und wenn ja, wie konkret? Ne, also das habe ich nicht. Für mich ist das wirklich alles gleich. Es geht immer um drei Punkte. Es sind immer wichtige Punkte. Es gibt keine Unwichtigen und ich habe das der Mannschaft auch schon gesagt, dass wir noch nicht auf der Zielgeraden sind, aber wir sind schon in der Kurve. Und es gilt jetzt nicht nachzulassen und sich auch keine Aussätze zu gönnen, was diese Einstellung angeht. Man weiß im Fußball nie, du kannst ein Riesenspiel machen und trotzdem geht einfach mal ein Ball rein, weil der Gegner natürlich auch was kann. Man kann nicht immer ein Ergebnis vorhersagen. Aber diese Grundeigenschaften, die uns gerade auszeichnen und die wir ja auch in den letzten Spielen immer gezeigt haben, die sind wichtig. Und das ist immer der erste Schritt, diese Leidenschaft, diese Gier, auch das Spiel gewinnen zu wollen, die wir jetzt gegen Ingolstadt an den Tag gelegt haben, die müssen wir jetzt einfach fortführen. Das ist einfach die Basis, dann Spiele zu gewinnen. Und wir sind jetzt in dieser Kurve und es gilt es einfach, das zu kapieren, dass es kein Zurücklehnen gibt, sondern es gibt nur ein Gas jetzt und das ist jetzt durchgetreten und da gehen wir jetzt durch. Kommen wir zu einem deiner Co-Trainer, der in der Vergangenheit ein Meppen hat. Was konnte Ihnen Assistent Feridon Zandi über seinen Ex-Verein Meppen berichten, fragt Sven Geisler von der Sächsischen Zeitung. Ja, dass es für ihn eine gute Station war. Ich glaube, dass da natürlich so viel Zeit dazwischen liegt, dass man jetzt keine Rückschlüsse auf das hier und jetzt ziehen kann und er kennt die Mannschaft natürlich jetzt auch nicht wirklich. Da sind ja schon einige Jährchen dazwischen, aber wir haben natürlich, wir sind sehr viel zusammen und haben natürlich auch die Muße, dann gerade auf den Auswärtsfahrten abends mal alles durchzusprechen. Und da hat er natürlich auch, haben wir seine Karriere natürlich auch mal durchleuchtet und Fragen gestellt und daher weiß ich, dass er sich da wohl gefühlt hat und für ihn eine wichtige Station war in seiner Karriere, auch so ein bisschen Sprungbrett dann rauszukommen. Von daher weiß ich, dass es für ihn eine gute Zeit war. Kommen wir zu den Fragen von Jens Umbreit, Radio Dresden. Die Frage geht an dich, Markus. Haben Sie sich über die Schützenhilfe aus Lübeck gestern Abend gefreut oder ist Ihnen sowas egal? Natürlich schaut man. Also es ist ja, das ist ja klar, dass man sowieso guckt und sowieso sich auf dem Laufenden hält und wenn man kann, guckt man Spiele oder Konferenzen, Zusammenfassungen und natürlich hat man dann ein Auge drauf. Ist aber jetzt nicht so, dass mir oder im umgekehrten Fall mir das den Abend vermiest, sondern ich weiß, dass wenn man seine Ziele erreichen will, geht es nur über die eigene Stärke und nicht über die Schwäche vielleicht von anderen. Und außerdem wissen wir selber, wie schwer die Aufgaben sind. Wir sind gut beraten, auf uns selbst zu schauen und jede Aufgabe anzunehmen. Und der Rest geht dann nur über die eigene Stärke, über den eigenen Fokus, das eigene Selbstbewusstsein. Und der Rest ist einfach Interesse. Ich gucke mir auch in der zweiten und ersten Liga alles an. Also normal. Der Aufsteiger hatte einen schwierigen Start in die Saison. Meppen scheint aber in den letzten Wochen im Aufwind zu sein. Woran machen Sie das Ganze fest, fragt Jens Umbreit von Radio Dresden. Wo der Turnaround genau war, weiß ich nicht. Ich sehe, was jetzt ist, dass sie guten Fußball spielen, dass sie individuell gute Leute haben, dass mit Böhre nochmal ein guter Stürmer dazugekommen ist, der vorbereiten kann, der selber torgefährlich werden kann. Eine Mannschaft, die mutig ist, die Fußball spielt, die gerade zu Hause sehr stark ist, haben gute Ergebnisse erzielt, gerade im eigenen Stadion. Eine Mannschaft von Torsten Frings, die immer auch Fußball spielt, die immer eine Idee hat, auch nach vorne zu spielen, die nicht spielt, um nicht zu verlieren, sondern um zu gewinnen. Und wenn man dann einen Lauf hat oder wenn man ein gutes Gefühl hat, dann sieht das gut aus. Und natürlich auch individuell gute Spiele hat, gerade im offensiven Bereich, auch individuell eine Qualität hat, die gut ist, dann sieht das auch gut aus. Also eine Mannschaft, die wirklich gut eingestellt ist, die gut Fußball spielt, die uns wieder voll herausfordern wird. Markus, Moment, Pause jetzt für dich. Wir kommen zu dir, Jule. Jens Umbreit, Radio Dresden, fragt, musste der Trainer in dieser Woche nach dem Sieg gegen Ingolstadt auf die berühmte Euphoriebremse treten? Ich denke nicht. Wir haben uns gefreut über den Sieg, zwei Tage, und wissen jetzt, dass übermorgen das nächste Spiel ist, wo wir voll fokussiert drauf sind. Und wir sind auch alle ehrgeizig genug, da wieder das Spiel zu gewinnen. Und da motivieren wir uns alle gegenseitig, Trainerteam, Mannschaft, alle. Und deswegen denke ich nicht. Kleinen Blick auf den Fußball allgemein. Jens Umbreit von Radio Dresden fragt dich, Jule. Viele machen sich aktuell große Sorgen um den Nachwuchsfußball, dass uns durch die Pandemie eine ganze Generation an jungen Spielern verloren gehen könnte, weil in vielen Vereinen seit November gar nichts mehr geht, was Trainings- und Spielbetrieb angeht. Wie siehst du das? Ja, es ist extrem schade für so junge Menschen wie ich. Ich war ja auch ein kleiner Junge, der jeden Tag gerne auf dem Fußballplatz war und gespielt hat nach der Schule. Und generell wird man sich immer bewegen und nicht zu Hause sitzen und quasi gar nichts machen. Es tut mir extrem leid, weil man sich einfach mit Freunden treffen will oder halt auch die ganzen kleinen Fußballer da gerne Fußball spielen. Deswegen ist es extrem schade. Und ich hoffe nicht, dass es dadurch dazu kommt, dass wir den kompletten Jugendfußballer so ein bisschen verlieren. Weißt du, wie es zum Beispiel bei deinem Jugendverein gegenwärtig den Sportfreunden Klado aussieht? Fragt dich Jens Umbreit von Radio Dresden. Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich hoffe, dass die Jungen da bald wieder trainieren dürfen und sich bewegen dürfen. Aber genau weiß ich nicht. Danke, Jule. Willkommen zu den Fragen von Thomas Nahrendorf. Dresdner Morgenpost kommt zurück zu dir, Markus. Im März folgen noch die Partien gegen Saarbrücken, Wiesbaden und 1860 München. Jetzt kommt Meppen. Wie schaffen Sie es, dass jetzt in einem Spiel in Meppen kein Spannungsverlust erfolgt, die Partie beim 13. nicht auf die leichte Schulter genommen wird? Erstmal gehe ich nicht davon aus. Ich habe keinen Grund dafür, das zu glauben. Dann erkläre ich das so, wie ich das gerade erklärt habe, dass wir jetzt schon in einer entscheidenden Phase sind. Vielleicht nicht die entscheidende, aber eine vorentscheidende Phase, wo man dafür sorgen kann, dass man gut in solche Spiele geht. Und deswegen mache ich der Mannschaft das schon deutlich, dass wir da nicht nachlassen. Aber ich habe auch nicht dieses Gefühl, dass es dafür einen Grund gibt. Wir wissen, wie eng und wie hart alles ist. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich da irgendeiner zurücklehnen wird oder nicht alles geben wird. Und natürlich habe ich so meine Ideen, wie ich da rangehe oder wie ich der Mannschaft das auch vermittle, so wie ich das gerade gesagt habe. Dass man jetzt schon diese Kurve, so ein bisschen die Gegend, die letzte Zielgerade, schon so ein bisschen sieht vielleicht. Und dass man darüber weiß, dass es jetzt schon auch eine Zeit ist, von der man später profitieren kann und dass es jetzt kein Zurücklehnen gibt. Haben Sie in den letzten Tagen einmal mit Marvin Stefaniak gesprochen. Wie baut man einen Spieler auf, der eingewechselt wird, nicht mal bis zum Mittelkreis kommt und dann die Partie abgefiffen wird? Wie schwer ist die gegenwärtige Situation für ihn? Fragt dich Markus, Thomas Narendorf von der Dresdner Morgenpost. Ja, natürlich haben wir darüber geredet. Das tut mir leid, das war nämlich natürlich auf meine Kappe. Ich habe den Zeitpunkt verpasst, dann fiel das Tor. Dann haben wir schnell gewechselt. Ich habe einfach diesen Zeitpunkt verpasst. Das tut mir leid für ihn. Natürlich wollte ich das nicht so, wie es dann aussah. Ich wollte ihm diese paar Minuten geben, auch ihm zu zeigen, bevor ich jemand anderen bringe, dass ich ihn bringe, dass er nah dran ist, dass er es verdient hat. Und das habe ich ihm nochmal mit auf den Weg gegeben, dass ich natürlich das so nicht vorgehabt habe. Und ja, haben wir uns auch darüber ausgesprochen und das ist auch so in Ordnung. Danke, Markus. Jetzt eine Frage, die an euch beide geht. Kommt wiederum von Thomas Narendorf, Dresdner Morgenpost. Am Montag jährt sich das Derby gegen den FC Erzgebirge Auer vor ausverkauften Haus zum ersten Mal. Es war das letzte Spiel vor der Pandemie. Was haben Sie aus den zwölf vergangenen Monaten gelernt? Wie formuliere ich das? Wie formuliere ich das? Ja, erstens, dass auch in der dritten Liga guter Fußball gespielt wird. Natürlich will niemand absteigen und man will auch nicht mehr Zeit da verbringen, als man muss. Da sind wir uns alle einig. Und trotzdem waren es viele reizvolle Spiele und viele reizvolle Derbys und am Ende auch viele gute Spiele, die man vollbracht hat. Und trotzdem freuen wir uns natürlich und streben an, auch den nächsten Schritt wieder zu gehen. Und trotzdem merkt man, wie immer im Leben, wenn irgendein Scheiß passiert, am Ende geht es doch immer weiter. Es gibt immer einen Weg, es gibt immer Lösungen und es steht nie still und man muss immer auch einen Weg wieder rausfinden. Es ist einfach das, was das Leben einen lehrt, dass es doch auch in jedem Scheiß irgendwas Gutes steckt. Wir haben eine Mannschaft, mit der man sich identifizieren kann, die eine gute Mischung hat zwischen Jung und Alt, die sehr viel Herz, die sehr viel Moral zeigt und hat. Und ja, dass wir auch diese Zeit genutzt haben, aus diesem Scheiß, der da passiert ist, auch irgendwas zu machen, sodass es das Leben einem zeigt, dass es auch immer einen Weg rausgibt und man auch immer was, dass es irgendwie was anderes draus machen kann. Du hast das Spiel nicht als Dynamo-Spieler mitbekommen, aber ich lasse dir berichten, es war ein sehr emotionaler Auftritt von der Mannschaft von Markus Koczynski und hat wirklich alle nochmal von den Socken gerissen. Es war das Stadion, es war bis zum letzten Platz gefüllt. Aber was hast du aus den letzten zwölf Monaten für dich, für dein Leben gelernt, Jule? Ich denke auch, dass auf den Fußball bezogen die Fans natürlich fehlen, aber dass wir es alle gut meistern aktuell und wir natürlich auch trotzdem mitbekommen, dass es die Fans gibt. Ich meine, die haben auch schon die eine oder andere richtig coole Aktion gemacht nach den Siegen, wo wir hier nach Hause gekommen sind, wieder nach Dresden. Aber natürlich fehlen sie und wir geben unser Bestes, dass wir es alle zusammen gut meistern und das ist auf den Fußball bezogen, sehe ich das so. Noch eine Frage, die an euch beide geht, wiederum von Thomas Narendorf, Dresdner Mogenpost. Was war das Erlebnis in den vergangenen zwölf Monaten, was für euch heraussticht? Markus, wirst du den Anfang machen? Das heraus, in den zwölf Monaten, kann ich gar nicht sagen. Muss ich jetzt wirklich nochmal in mich gehen? Normal hat man immer so einen Gedanken, immer so einen Fetzen, der einem sofort in den Sinn kommt, kann ich so gar nicht sagen. Also ich habe mit Sicherheit, da waren Highlight-Spiele dabei, da waren Momente dabei, da waren ganz viele kleine Momente, diese Momente im Alltag, wenn man merkt, dass sich irgendwas löst oder vorangeht oder bei der Mannschaft, wenn man, das gibt so ganz viele emotionale Momente, weil wir ja nicht nur Fußballer, sondern auch Menschen sind, ganz viele tolle Momente. Aber es war nicht dieser herausragende Moment dabei, der ihm vielleicht jetzt irgendwo noch jahrelang im Kopf bleibt. Ich hoffe, der wird innerhalb der nächsten drei Monate kommen. Danke, Markus. Julia, du hast einen Moment Zeit zu überlegen. Gibt es einen Moment in deinem Leben in den vergangenen zwölf Monaten, in Zeiten des Pandemie-Fußballs, der dich hängen geblieben ist? So richtig ein Moment fällt mir jetzt auch nicht direkt an, aber es gab viele schöne Momente, die man erfahren hat und die auch Spaß gemacht haben. Aber ich hoffe, dieser eine Mega-Moment kommt noch, dass wir dann uns am Ende der Saison belohnen. Dankeschön. Julia, wir bleiben bei dir. Zu Beginn der Saison setzte der Trainer auf die Erfahrung. Nach und nach musste er auch verletzungsbedingt umstellen. Jetzt bestimmt ihr Jungen. Du, Paul Will, Jonathan Mayer, Kevin Ehlers, Heinz Mürschel und Reinsford Königsdürfer. Christoph Daferner kann man hier in Deutschland auch nennen. Den Rhythmus auf dem Platz überrascht davon, dass so viele Junge den Ton angeben, inklusive dir? Fragt Thomas Nachendorf von der Dresdner Morgenpost. Ja, wir geben ja nicht den Ton an. Es gibt ja auch noch ältere Spieler auf dem Platz, die uns da helfen und unter die Arme greifen, coachen. Ich denke, das machen wir alle zusammen ganz gut. Jeder hilft dem anderen und die älteren Spieler, die schon ein bisschen erfahrener sind auf dem Platz, die geben da auch die Kommandos auch und helfen einem. Und ich denke, deswegen ist es eher so, dass wir es alle zusammen auf dem Platz dann gut hinbekommen und zusammen den Ton angeben. Ihr habt euch im Januar von den beiden 0-1-Niederlagen bei Türküchi München und Waldhof Mannheim nicht aus der Ruhe bringen lassen. Seid fast schadlos durch den Februar marschiert. Woher kommt die Kraft und der Glaube innerhalb des Teams, fragt Thomas Nachendorf von der Dresdner Morgenpost. Dich, Jule. Ja, die Niederlagen waren ziemlich bitter, aber es ist dann wichtig, dass wir die schnell wieder aus dem Kopf bekommen. Und es ist das Gute, dass wir so viele Spiele haben. Dann kommt meistens drei Tage, vier Tage später schon das nächste Spiel, wo man alles wieder gut machen kann. Und das ist uns dann zum Glück bisher auch immer gelungen. Und ich denke, das ist auch ein großer Vorteil, dass wir es schnell aus dem Kopf immer bekommen haben, alle zusammen und dann uns wieder komplett auf die neue Aufgabe fokussiert haben. Und ich denke, wenn wir das so weitermachen, sind wir gut beraten. Danke, Jule. Markus, zurück zu dir und zu den Fragen von Jochen Leimert, Dresdner Neusten Nachrichten. Yannick Stark saß beim letzten Spiel überraschend schon wieder auf der Bank. Ist er schon wieder schmerzfrei und unbefangen im Zweikampf, vor allem was das Training angeht? Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, er trainiert voll. Er ist dann damit auch einsatzfähig. Wir haben uns kurzfristig dazu entschieden, er hat sich gesund gemeldet und dann ist er natürlich jemand mit den Qualitäten, die er hat, ja, den ich zumindest auf der Bank haben wollte, auch für die Momente, wo vielleicht jemand nachlässt. Das hat sich so jetzt nicht ergeben. Aber ich weiß, dass wir ihn auch bald wieder brauchen werden, dass wir Wissen in diesen ganzen vielen Spielen, die wir haben, dass wir auch jede Kraft brauchen. Ich weiß aber auch, dass ihm jeder Tag noch gut tut, das Ganze zu stabilisieren, auch wieder in die Verfassung zu kommen. Von daher warten wir jetzt einfach mal ab. Er ist einsatzfähig, er ist weitestgehend schmerzfrei. Manchmal tut eine Bewegung weh, aber das ist jetzt auch weiter nicht schlimm. Er ist so weit, zeigt er im Training, dass er aber auch voll da ist. Philipp Hosiner war zuletzt im Angriff nur zweite Wahl. Warum, fragt Jürgen Leimert von der DNN, Markus. Weil wir mal einen guten Konkurrenzkampf haben, weil das mal rauf und runter geht. Somi hat das relativ konstant gemacht, hat seine Chance beim Schopf vergriffen, hat nach einem guten Auftritt den nächsten Guten hingelegt und getroffen, hat den nächsten Guten hingelegt und so halb getroffen oder ich weiß nicht, wurde es als Eigentor gewertet oder als Eigentor? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, Eigentor. Aber er hat natürlich viel dazu beigetragen und hat aber auch ansonsten, glaube ich, sich gut ins Mannschaftsspiel eingefügt, hat gefährliche Situationen gehabt, hat ein gutes Spiel gemacht und das zeichnet ja auch das aus, was wir haben. Einen engen Konkurrenzkampf und meine Aufgabe als Trainer ist es dann auch, das zu sehen und dementsprechend zu entscheiden. Wenn jemand gerade die Nase vorn hat, warum auch immer, das ist manchmal einfach so, da gibt es einfach manchmal so kleine Schwankungen und es ist auf manchen Positionen auch immer enger als auf anderen, dann ist es natürlich auch mein Job, dafür zu sorgen, dass es so gerecht wie möglich ist und dass so ein Spieler, der dann so einen Hoch hat, dann auch zum Zug kommt und das hat aber nichts jetzt mit Hosi an sich zu tun. Ich bin zufrieden mit Hosi, der gibt Gas im Training, versucht wieder reinzukommen und ich weiß ja, dass ich das auch in zwei Tagen schon wieder anders sein kann. Das ist einfach das, was uns auszeichnet. Etwas Heimatkunde jetzt, Markus. Oh, ich hast du Lust. Jochen Leimert von der DNN fragt, was wissen Sie über Meppen, außer dass dort der SV beheimatet ist? Waren Sie schon mal in Meppen? Nicht wirklich. Nähe von Osnabrück? Braunschweig? Ostwesten. Holländisch-Grenze. Ah, echt? Okay. Im Sland. Nicht wirklich. Ich weiß, ich habe auch überlegt, ob ich schon gegen Meppen gespielt habe. Ich bin mir gar nicht bewusst, ich bin mir gar nicht sicher in diesem Drittliga-Jahr, was ich hatte. Ansonsten weiß ich tatsächlich nicht so viel drüber, muss ich ehrlich zugestehen. Schon mal mit dem Wohnwagen die Niederlande gefahren? Mit dem Wohnwagen nicht, aber ansonsten von Gelsenkirchen bis Strand 2 Stunden 15. Also ich kenne die Strecke. Schön. Und Strand. Danke, Markus. Vorerst letzte Frage. Jetzt kommen wir noch zu dir, Jule. Im Hinspiel hast du dein erstes Saisontor für Dynamo geschossen, das hast du gerade schon selbst erzählt. Welche Erinnerungen verbindest du mit dem Tor? Wie hast du das Tor auch in Erinnerung? Ja, war ein schönes Gefühl. Das war das 3-0, wir hatten davor ein gutes Spiel gemacht, hatten auch davor gegen Ingolstadt verloren, deswegen war es wichtig, dass wir das Spiel zu Hause gewinnen. Haben wir gut gemacht und deswegen habe ich das Spiel insgesamt in positiver Erinnerung. Die Frage kam von Jochen Leimert, die nächste kommt auch von Jochen Leimert. Nicht ganz Heimatkunde, aber ist verschont. Hast du schon mal in Meppen an der holländischen Grenze gespielt? Wenn ja, was erwartet Dynamo dort? Ich selber habe da auch noch nicht gespielt. Deswegen weiß ich nicht genau. Ich denke, da wird der Rasen auch grün sein und 11 gegen 11, also ich weiß es nicht. Wir werden hoffentlich wieder alles reinwerfen und was uns da erwartet, werden wir sehen. Also wir sind gut vorbereitet. Jule, vielen Dank. Markus, vielen Dank. Noch ein kurzer Hinweis zur Übertragung. Das Spiel am Samstag in Meppen wird um 14.03 Uhr angepfiffen. Der MDR als öffentlich-rechtlicher Rundfunk überträgt das Spiel live. Genauso wie Magenta Sport, die jedes Drittligaspiel übertragen. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an das Team hinter der Kamera. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020